Und er hat zu mir gesagt, meine Schwachheit, damit ich Graf Christi bei mir wohne. Darum bin ich gute Mutter, sind Schwachheit in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten im Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen, meine Schwachheit, damit ich Graf Christi bei mir wohne. Darum will ich gute Mutter, sind Schwachheit in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten im Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich solt bin ich stark. Untertitelung des ZDF, 2020